um hier Hallo zum zenten Teil vor Harry Potter Let's play wir müssen hier immer noch so ein komisches Teil so eine Art Arm oder so für den Häpfen da steht hier im Skelett rum das wäre nämlich ganz geil wenn die so ein Skelett-Druck standen und dann... Ach, nie! Ich glaub, das ist ja der Lego-Humpf und so ein Skelett. Oh. Ich glaube, das ist das Buch mit der Zeugung. Ha! Ha! Ja, das ist so ein Idiot. Ach, Mist. So, jetzt ist der Timer-Bahn. Ja, Flugzeug, Alter. So, stopp. Stopp, nochmal. Nochmal. Und nochmal. Und nochmal, 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 nochmal. Gut, gut. Also, die sind so schiesig, ne? Ist hier irgendwo ein Skelett? Äh, kann man nicht. Ah, okay, dahinter ist... Nein? Nein. So, tu ich erst mal Geld und Räume einsammeln. Jetzt. Ach, gib mir deinen Arm, scheiß Skelett. Yay, ein Farm ist abgebrockt. Schnell da hinten hin, den in den Kessel werfen. Und dann können wir auch schon raus. Okay, jetzt bin ich. B-Sterne ist schon stark. Denn du sollst da hingehen und die Kette ziehen. Jo, ein Sternkontakt. Noch ein goldener Stein, der sechst, oder? Yay. Yay. Ja, was sollen wir jetzt machen? Komm, gib ihm nochmal was vom Zaubertrank. Komm, gib ihm nochmal was vom Zaubertrank. Was soll ich jetzt machen sollen? Ah, okay, da. Oh, eine Schlange. Okay. Oh, schon wieder dieser häselige Mel vor dem herumliegt. Oh, gut, das ist noch alles weg. Oh, gut, das ist noch nicht. Oh, gut. 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 Okay, ein Kunstwerk. Ein Stopper. Hä, wieso 1 zur Nacht? Wir haben doch vorhin schon welche gemacht. 27.000. Das finde ich gut. 3.000. 3.000. Das haben wir schon gemacht. Hier war noch irgendwas, oder? Achso, das war das Tolle. Oh nein, das ist nur eine Fakum. Ah, komm. Mensch, Harry. Oh, noch ne Vorgel. Das war wieder auf die Flucht, oder? Hier. Oh, scheiße, ich hab Schluck auf. Ja, nicht runter Schlucken, sondern rauf Schlucken. Ich bin sechs von acht. Ach, ne, stimmt, da muss ich mich eigentlich fette Dame holen. Ne, hier ist aber irgendwo noch Vorgeln. Oh, ja, oh mein Gott. Oh, da kommen wir jetzt natürlich dran, ne? Okay, dann gehen wir jetzt einfach mal. So. Hier, Händler. Oh, mein Träumer sagt mir, ich hab nicht mehr viel Zeit. Müssen wir da irgendwas tun? Wo ging's nochmal zu? Ach, der... Also ich glaube, da geht's zum Gemeinschaftsraum. Ich hoffe es. Äh, Ron? Nein, da... so so du bist jetzt mal da rein los geht doch Achso, ne, da dran ist nur dieser Hund. Nein. Freddy. Okay. Oder müssen wir da lang? Ah ja. Okay. Hä? Ah, okay, da. Oh, mein Toimer sagt, ich habe noch 13 Sekunden. Ups. Ja, ja, okay. Dann, ja, toll. Dann sage ich mal, tschüss und tschüss.